Ja, hallo zusammen, da bin ich es wieder mit dem Schnellstart-Tipp, und zwar mit dem Tipp Nummer 2. Du siehst, die Beleuchtung ist immer noch dieselbe oder sehr ähnlich wie beim ersten Video, das ist, weil ich das jetzt gerade anschliessend gemacht habe. Tipp Nummer 2 von mir, guter Ton ist besser als gutes Bild. Das hörst du jetzt vielleicht, ich habe hier ein relativ gutes, ein hochqualitatives Mikrofon, ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon, und das bringt meiner Meinung nach einen sehr guten Ton. Und wie gesagt, wenn du hörst und mich aber fast nicht siehst, dann ist das weniger schlimm, als wenn du mich sehr gut sehen würdest und fast einen grauenhaften Ton hast. Nichtsdestotrotz, das ist mein zweiter Tipp, mein zweiter Schnellstart-Tipp, besorge dir ein solches Lavalier-Mikrofon, oder ich werde dir dann in einem späteren Video noch zeigen, wie die verschiedenen Mikrofone von der Tonqualität her sind, dann kannst du das entscheiden. Also da wird es sicher noch ein Video dazu geben. Und in diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!